so und da sind wir da bei Bigfoot das da ist Bigfoot ja kannst du mal ganz langsam den Kopf bewegen den Kopf nicht den Körper der Kopf ist einfach bei dir ja guck so naja wir gehen jetzt wieder auf Jagd nach Bigfoot nach Bigfoot der Sixfoot ich hab grad nen Hotdog ich hab nen Eis ich ess danach nen Eis irgendwie kommt mir die Map ein bisschen klein vor muss ich aber sagen jetzt plötzlich immer noch ja mittlerweile kriegen wir so ein bisschen den Sinn dafür wie das ganze hier so aussieht ich bekomm den Sinn dafür wo ich vielleicht nicht hochklettern soll weil die Map ist nicht gut ja seppensicher ich hab jetzt jedenfalls den ersten äh versperrten schon getötet ich könnte irgendwie schwören ich hätte das Spiel lauter eingestellt ok ok ich bekomm den Lod und gilt das doch vor das teilen wir eh wieder auf deswegen nimmst du die ganze Scheiße so kannst du mir einfach dann alles geben du kannst auch draußen noch das Licht anmachen du hast den nächsten Weg? ja so so wieviel Schuss hast du? äh insgesamt 20 20 ich hab hier 39 halt noch weil ich einmal schon geschossen hab das heißt ich hätte eigentlich 40 du hast dann 20 dann kriegst du 10 von mir äh nicht 15 wieviel hast du? jetzt hab ich 30 ja dann haben wir beide 30 weil ich einmal schon geschossen hab hol doch nicht ab ich muss dir auch noch den anderen Rest geben wieviel Flare Gun hast du? äh da gebe ich dir eine wieviel äh ne Kamera hast du gar keine deswegen gebe ich dir 3 fangeisen wieviel hast du davon? 0 2 und Fleisch? 2 ja da hab ich 3 ja das kann ich nicht teilen Sanitätskasten 1 2 warum hast du du hast Brüste äh ja hier liegt übrigens noch Munition du hast 30 du hast 30 ne? ja ich hatte doch 15 wusste doch dass der so wo wir direkt jetzt schon los irgendwas machen können wir vielleicht ein paar Kameras aufstehen ja die hier wieder irgendwo festblitzen ja schrei halt hm das hat sich sehr nah angehört ja deswegen setze ich hier eine Kamera hin machen wir es mal nicht wie im Trailer ballern die nicht an ich weiß ja was dann passiert wir müssen immer noch eine gute stelle finden wo man den am besten killen kann ja äh ich denke ich bin beträglich dass es angeblich gute stelle gibt irgendwo bestimmt wollen wir nochmal zu den höhlen? äh ja geht da ja eh nie rein ich habe den halt öfters jetzt an diesem einen fluss lang laufen sehen ne? vielleicht sollten wir da mal was aufstellen können wir ja ich muss mich mal gerade richtig hinsetzen so dann gehen wir aber dafür gerade relativ falsch da ist ein Fuchs da war ein Fuchs da war ein Fuchs wieso ist da Blut? da oben? weil ich den da abgeschossen habe ja achso Bigfoot hat nichts dagegen wenn wir die Tiere des Waldes oben bringen hoffentlich hat Bigfoot nichts dagegen wenn wir die Tiere des Waldes oben bringen achso das ist ja auch ein Fundament des Peter ja hier sind wir sind wir hier in der Stelle müssen wir rechts lang oder in einer Stelle mussten wir halt dran vorbei hier oben war das auf jeden Fall das weiß ich ich töte jetzt nicht mehr jedes Tier das ich sehe ich habe genügend Fleisch jetzt vier Stück ah hast du das ist ja das ist ja das ist ja irgendwie ich glaube wir sind zu weit gegangen Ja. Du bist viel zu weit gegangen damit du wirst du nicht durchkommen. Oh ist geil! Ich muss mich an die äh den No-no-no Kid denken. Wo bin ich? Aurora Boreal Ja, aber wo bin ich? Irgendwo vor mir, da Ich glaube ich habe es gefunden Warum leuchtet das da so? Gute Frage Hm Aber wenn wir dem Plus hier hoch folgen Sollten wir eigentlich zu unserem Ziel kommen Ich habe gerade mal auf der Ring geschossen erstens Die haben kurz Schatten eingestellt und man sieht wirklich gar nichts Wirklich überarbeitet werden Hier müsste irgendwo der See sein Da ist er irgendwie nicht Hier ist er glaube ich Ja, das sollte da hinten sein Lüfte gleich der Baum mit dem X Ja da ist das X Obwohl in der Höhle ja gar nicht mal so viel tolles Zeugs drin war Da war der Captain America's Höhle Oder war der in der anderen Höhle? Der war hier drin, ja Ok Ich habe Captain America's Film nie gesehen Ich schon Alle Captain America Filme Hier ist Munition Ja Soll uns das irgendwas sagen, dass die Laterne neben dem Captain America's Schild ist? Ist das Green Lantern? Was zwar keinen Sinn macht, aber trotzdem Aber noch ne Er ist noch ne Munitionsschachtel Die ich nicht hochheben kann Wo? Der vergeigt was da rausguckt Ich sehe da nichts Ok Oh Oh Zurück? Ja Ich glaube es wird hell Oder es brennt Hoffentlich wäre das Okay, ich muss sagen, das sieht cool aus mit dem Neufang und der Godopode Das hat irgendwie was von Wie ist das? Spiel Firewatch? Ja Da muss ich auch denken So, sollen wir dann zu der anderen Höhle noch hoch Hier war noch irgendwo der Hochstand Da wollte ich auch noch hin Der ist ja direkt in der Nähe gewesen Irgendwo Ich finde das hier echt Wie die das gemacht haben mit den Bäumen Da siehst du nichts Ja Das ist perfekt ausgelegt hier Da ist der Hochstand Altes Jagdturm 2 Sanitätskasten Flaregun Bullet Okay, dann Zum Zur anderen Höhle Ja Und diesmal gehen wir einfach nicht die Wände wieder runter Wäre eine Idee Noch ist er uns nicht entgegengekommen Und wenn wir ihm Dann werden wir einfach Uns eine Taktik jetzt gleich aussuchen Wie wir den am besten wegkriegen So ganz nach oben Will ich auch nicht Nachher mache ich da einen Fehler Nicht rennen Ich wüsste ja gern Was man tun kann Wenn der denn dann In der Nähe ist Um den dann So ein bisschen wegzulocken Weil irgendwie Kommst du ja nicht weg Sobald du ihn dann Ab einer bestimmten Stelle hörst Dann trifft er dich Auf jeden Fall Das fehlt mir so ein bisschen Die Möglichkeit Was dagegen zu tun Ich glaube am Ende bist du halt echt Bigfoot Deswegen war das Geräusch vorhin auch so nah Oder was Ja das war so nah Ja Ich hole Lot So hier war halt Fleisch Und noch Jetzt wird es irgendwie nichts Dann wieder zurück Wollen wir jetzt erstmal alle What hier abgehen Ja Ja Keine Nur Es fällt gerade auf Der Baum da Sieht sehr danach Als sollte man da hochgehen Welcher Der Ja Ja Wenn er hier nicht hochkommt Das wäre toll Dann haben wir unsere Bastion gefunden Wenn wir hier hochkommen Kommt er auch hoch Ja Das ist irgendwie die Regel des Spiels Hm Die Draw Distance hätte ich mal höher stellen sollen Dann leckt das hier wieder rum Ja klar Das tut dir dann weh Ähm Dann säte ich die Draw Distance hoch Dann könnte ich schon mal gucken wo wir als nächstes hingehen Okay ich habe die Draw Distance halt auf Epic gestellt und man sitzt trotzdem nicht weiter Das ist ja epic Und dann ist hier wieder kalt Und dann ist hier wieder kalt Wir können ein Lagerfeuer unten aufbauen obwohl hier war... Zu gehen Okay ich dachte kurz schon ich hätte mich schon wieder wo verglitten Das wäre schon gewesen... Das wäre schon gewesen... Gehen wir alle hintereinander... So bloß nicht runterrennen ne? Ja ich bin... Geh auf den Baum... Ich bin jetzt gerade durch die Schlucht schon durch... Ja das sehe ich auf den Map... Ja das sehe ich auf den Map... Wartest der da gerade vorbei gelaufen? So ich geh zum Haus ne? Ja Eben kurz aufwärmen... Ich stell mal hier ne Kamera ab oder so... Okay... Das ist halt in der Nähe von unserer Basis... Da kommt man dann auch schnell hin... Ja... Ich glaube das macht halt auch mehr Sinn einfach in der Nähe von der Basis halt die Kameras aufzustellen... Nicht einfach an jedem Posten sondern halt... Schon ein bisschen weiter von uns weg aber... Auch schon nah dran... Damit man immer so weiß... Jetzt ist er in unserer Zone drin... Ja... Was mir so ein bisschen fehlt ist dass man ähm... Leider nicht on the go einfach sich aufwärmen kann... Ja... Du brauchst halt so ein... Lagerfeuertür hinsetzt aber du könntest doch im... Endeffekt eigentlich einfach nur... Stick nehmen... Den anzünden und mitnehmen... Das wird ja wohl auch gehen... Das wird ja wohl auch gehen... Das wird ja perfekt platziert hier... So wenn du dich komplett aufgewärmt hast... Dann gehen wir wieder weiter... Ja... Das geht hier jetzt mit System... Guck dir das mal an... Hm... Du hast dich so blöd gedreht dabei... So ich glaube 36,6 ist voll... Hast du 36,6... 35... 36... Das ist dunkel... Aber Licht an... Diesmal ist er wenigstens äh... So hier noch auf der anderen Seite vom... See auch noch eine gleich machen... Ne... Wenn wir ein bisschen in den Wald gegangen sind... Ja... Das reicht dann eben... Hier wäre glaube ich gut, oder? Wenn er da schon schreit... Ich eh nicht... Ich setze hier mal ne Kamera hin... So... Wollen wir dann zu den Steinen? Ja... Können wir... Ich weiß halt echt nicht was so sein Begehr ist... Was der von uns will... Ich weiß was... Also ich weiß was... Vier von dem wollen... Was will der von uns... Was? Ein Fell wollen wir... Das haben wir gut... Ich mag von... Verkaufen... Ja ich will Kulisch... Ich seh dein Licht... Ja... Ein Licht führte mich... Zum Herren... Zum Herren... Oder tu ne mich hier schon scherend... Das ist ein Patronus... Oh... Das ist der Snape... Boiler... 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 So wo ist denn die Brücke... Die war hier... Irgendwo hier... Irgendwo hier... Siehst du die? Äh... Hier... Bei mir... So... Aber der schreit... Irgendwie nur aus der Ferne... Der kommt irgendwie nicht näher... Ne? Ja... Ah... Was hab ich denn wieder heute... So... Vorrascht im Hals... Vorrascht im Hals... Ah... Was hab ich denn wieder heute... So... Vorrascht im Hals... Noch ne Falle... Blöde ist ja... Der... Der die zerstört... Ja... Ich weiß halt nicht... Ob das ganze Zeug... Hier halt... Wieder nachspawnt... Irgendwann... Ja... Ja... Ein paar unendlich Money... Haben wir ja nicht... Haben wir ja nicht... Da will ich nicht runter... Da will ich nicht runter... Wie viel... Sollte was unter den Steinen sein... Ich könnte den Steinen unter das Teil brücken... Da war ich doch schon... Wirklich? Ja... Ok... Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern... Da war nix... Ok... So... In die Kamera ist es auch noch nicht reingelaufen... Ja... Das hätte man gehört... Irgendwie ist der heut ganz schön... Neutral... Passt tief... Neutral... Der ist nur Nutus... Oder was? Ja... Er tut uns nichts... Wir tun ihm nichts... War n Vogel... So... Da kommt gleich die Meldung... Da kommt gleich die Meldung... Drei... Da kommt gleich... Sein.. Da kommt gleich die Meldung... Vielen Dank.